Herzlich Willkommen zum Interview mit Mertan Caner Eszürk. Er spielte 2018 für den türkischen Zweitligisten Elazü Spor und ist ein Profifußballer. Kommen wir zur ersten Frage, Mertan. Was bedeutet Fußball für dich? Fußball ist meine Arbeit, die ich mit großer Leidenschaft mache. Fußball ist für mich alles. Wenn du kein Fußballer geworden wärst, was denkst du wärst du ansonsten geworden? Ich denke, wir werden Sportler auf jeden Fall in Richtung Sport. Mertan, was war dein Spiel während deiner ganzen Karriere, was du niemals vergessen wirst? Als ich mit Galatasaray gegen Adana Demir Spor im Pokal spiele, mein erstes Profispiel, für mich unvergesslich spiele. Was ist dein Lieblingsstadion? Gibt es Lieblingsstadien von dir? Stadion natürlich die Telekom Arena von Galatasaray und Allianz Arena, sehr gute Ambiente. Für mich ist Ronaldo. Ronaldo ist ein kompletter Spieler. Welche Ligen sind für dich die besten der Welt? Erste, La Liga, Spanien. Englisch, Liga, Premier League. Danach Italien, Serie A. Und danach Bundesliga. Und der beste Spieler? Meiner Meinung nach Ronaldo, el fenomeno, Brasilien, Legende. Wer gewinnt dieses Jahr die Champions League? Leopold könnte für eine Überraschung sorgen, aber Real Madrid ist immer, immer Champions League Favorit. Dein WM-Favorit? Ich denke, Deutschland, Spanien und vielleicht Belgien. Hast du einen Rat für junge Fußballspieler? Viel arbeiten und daran glauben, dass man erfolgreich sein kann. Dankeschön für das Interview, Mertan. Bitteschön.